Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute möchte ich mal ein ganz ganz kurzes Video machen. Und zwar möchte ich meine Live-Sendung am Sonntag um 25.11. um 18 Uhr vorankündigen. Damit ihr euch da schon mal ein Kreuzchen in der Kalender machen könnt. Um was geht's in meiner Live-Sendung? Vielleicht hat's der ein oder andere schon mal gesehen, ihr werdet's nicht glauben. Ich hab tatsächlich die 20.000er Marke von meinen Abonnenten geknackt. Und da möchte ich so eine kleine 20.000 Abonnenten-Special-Live-Sendung machen. Und das möchte ich euch jetzt einfach ganz kurz vorankündigen. Damit ihr auch da genügend Zeit habt, eure Terminplanung dementsprechend vorzubereiten. Was möchte ich alles in der Sendung machen? Noch ein ganz kurzer Satz dazu. Zum einen möchte ich ein Gewinnspiel mit euch machen. Ich hab mir da so ein bisschen was überlegt. Und ja, für den Preis oder als Preis für das Gewinnspiel hab ich für euch hier zwei richtig tolle Dinge. Einmal so eine Security-Kamera fürs Haus und passend dazu ein Solar-Panel. Das heißt, ihr könnt die Kamera außen anbauen, über das Solar-Panel laden, über WLAN in euer Hausnetz anbinden und habt dann eine Türüberwachung oder eine Gartengrundstücküberwachung, was ihr immer damit machen wollt. Ich hab von der Firma Reolink habe ich freundlicherweise zwei oder drei Exemplare zur Verfügung gestellt. Eines zur Verlosung und zwei werde ich bei mir hier im Haus einbauen und werde dann natürlich auch einen Film darüber machen, wie man das macht und was man da so ein bisschen beachten muss. Also wie gesagt, das möchte ich in einem Gewinnspiel machen. Da würde mich frei freuen, so muss man sagen, wenn ihr da mitmacht. Dann gibt es ein paar News über meinen Raimo 2.0. Da habe ich mir auch was ganz Tolles überlegt und das möchte ich euch da so ein bisschen erzählen, wie es mit dem Raimo 2.0 weitergeht. Dann so noch einen kurzen Abriss machen, was für Projekte ich plane, auch 2019 so, wie es da so weitergeht und dann einfach noch so ein kleines Frage-Antwort, ja Frage-Antwort, ach jetzt fällt mir es nicht ein, wie ich sage, einen kleinen Frage-Antwort-Teil, ja, wo ihr mir Fragen stellen könnt und ich wieder meinen Mann im Ohr habe und dann euch ein bisschen was er darüber erzählen kann. Ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, das soll ein ganz kurzes Video nur werden, das war es eigentlich schon. Merkt euch vor, den Termin soll jetzt am Sonntag, den 25.11.18 Uhr Live-Übertragung von Do It Yourself 20.000-Abo-Spezial. Wird mich freuen, wenn ich euch da begrüßen könnte. Bis Sonntag dann. Tschüss. Bis Sonntag dann. Tschüss.